Schön, dass du da bist. Entschuldige, ich habe mich verspätet. Der Verkehr in Berlin ist wirklich schlimm und dann habe ich keinen Parkplatz gefunden. Naja, jetzt bist du ja da. Die Vernissage hat eben erst begonnen und es sind noch nicht viele Leute da. Die Ausstellung ist wirklich toll. Ja, das ist sie. Michael, geht es dir gut? Ja, ich denke die ganze Zeit an den Dieb und dass ich seine Spur verloren habe. Komm, ich stelle dir die Gastgeberin vor, dann kommst du auf andere Gedanken. Vielleicht ist das eine gute Idee. Hallo Julia, das ist Michael. Mein bester Freund. Julia ist heute Abend die Gastgeberin und Inhaberin dieser Galerie. Ah, hallo Michael. Schön, dich kennenzulernen. Hallo, ganz meinerseits. Das ist wirklich eine sehr schöne Galerie und eine tolle Vernissage. Vielen Dank, Michael. Ich habe schon viel von dir gehört. Ich hoffe nur Gutes. Emily hat erzählt, dass du sehr viel reist. Ja, ich liebe fremde Städte und schaue mir gerne Museen an. Kunst interessiert mich sehr, insbesondere die alten Meister. Ah, wie spannend. Ich treffe heute Abend noch einen Kunsthändler, der uns ein altes Gemälde anbieten will. Ah, da hinten ist er ja. Wir sehen uns hoffentlich später noch einmal, Michael. Es gibt Champagner. Julia, bitte bedient euch. Vielen Dank. Bis später, Julia. Bis später, Julia.